Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute schauen wir uns mal ein paar, ein paar Red Dots an. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Das Red Dot Video. Ihr habt lange drauf gewartet. Ich habe auch lange gebraucht, um es vorzubereiten. Aber wenn ihr euch das hier mal anschaut, dann könnt ihr euch vielleicht auch schon denken, warum es denn so lange gedauert hat. Ich habe nämlich ein paar Red Dots direkt besorgt und die wollte ich natürlich alle erstmal auf Biegen und Brechen testen, bevor ich euch hier irgendwas über die Dinger erzähle. Das habe ich jetzt zur Genüge getan und ich würde sagen, wir sprechen einfach mal über diese Red Dots. Es geht bei diesem Video nicht darum, für jeden einzelnen von euch das perfekte Red Dot rauszusuchen. Das schaffe ich innerhalb dieses einen Videos nicht. Es geht vielmehr darum, euch einen kleinen Überblick über die Red Dots, die es so am Markt gibt, zu geben. Und um euch so ein bisschen zu zeigen, worauf ich achte, wenn ich mir ein neues Red Dot besorge. So, und ich habe die ganzen jetzt einmal von links nach rechts sortiert. Hier auf meiner linken Seite, bei euch ist es rechts, haben wir die günstigsten und hier rechts, bei euch links, haben wir die teuersten. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und schauen uns einfach mal das erste Red Dot an. Also, wir haben hier ein Standard Red Dot, das kennt so gut wie jeder. Das ist ein Red Dot von Amazon und das kostet gerade mal um die 20 Euro rum. Als nächstes haben wir hier ein rotes Red Dot. Ja, eher pink, oder? Naja, das Ding gab es bei AliExpress auch so für um die 20 Euro rum. Dann haben wir hier als nächstes das originale Standard Red Dot von der Jaguar 1, der legendären IK Archery Jack 1. Und das kostet so zwischen 20 und 40 Euro, je nachdem welcher Händler und je nach Verfügbarkeit. Ansonsten ist das natürlich auch mit bei der Jaguar dabei. Als nächstes haben wir das Original Steambo Red Dot. Und ja, das sieht auch ganz ähnlich aus wie das hier, aber dazu kommen wir später nochmal. Das Steambo Red Dot kostet um die 30 Euro, ich meine circa 33 Euro. Dann haben wir hier wieder etwas von AliExpress. Zum Glück, weil sonst wäre ich jetzt arm. Das ist nämlich ein EOTech-Klon und EOTechs sind richtig, richtig teuer. Das Ding hat so um die 30 Dollar gekostet. Hier haben wir jetzt was ganz Kleines. Und zwar ist das ein Flip-Up Red Dot. Das habe ich für ungefähr 20, 30 Euro auf dem Gebrauchtmarkt gekauft. Neu kosten die Dinger um 50 Euro rum. Und als nächstes haben wir hier dieses Red Dot, was eigentlich erstmal auf den ersten Blick identisch aussieht zu diesem hier. Das hier hat aber nicht 30 Euro gekostet, sondern um die 50 Euro rum. Und das hier ist von Crossbootuning.com. Warum die so gleich aussehen und ob die auch gleich sind, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und dann haben wir hier mein lange Zeit Lieblings-Red Dot, das Faiyashi V30. Und das kostet so um die 50, 60 Euro. Dann habe ich hier noch einen EOTech-Klon. Der ist jetzt aber besser. Der ist auch nicht von AliExpress. Der ist von Kotte & Zeller, Marke G&G. Dieses Red Dot war zwischen 80 und 90 Euro im Einkauf. Ja und jetzt kommen wir in den tollen, teuren Bereich, oder? Ja, diese Vektor-Optik hat mich um die 100 Euro gekostet. Auf AliExpress. Und ob sich das gelohnt hat, erfährst du auch in diesem Video. Jetzt kommen wir zum Ende der Fahnenstange. Und das ist das Holosun HS510C. Ja und das ist nicht nur das teuerste, sondern das ist auch mein aktuelles, absolutes Lieblings-Red Dot. Und warum, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Fangen wir erstmal mit dem ganz, ganz günstigen von Amazon an. Es wird geliefert mit dieser Schutzkappe. Die kann man einfach abziehen. Und ja, dann kann man das Ding andrehen und kann damit schießen. Das ist auch alles gar nicht mal so verkehrt. Es ist halt aber auch nichts Besonderes. Das muss man ganz klar sagen. Und dieses Ding ist vermutlich eher für Airsoft als für Armbrüste gedacht gewesen. Und ich habe hier mit dem Ding die Erfahrung gemacht, dass es sich relativ schnell verstellt. Also das Zero wird nicht gehalten. Einfach weil zu viele Vibrationen in der Armbrust sind. Und dann verstellt sich das Ganze. Das heißt, alle paar Schuss muss man da auch mal wieder nachjustieren. Weil es hält nicht so wirklich das Zero. Wir machen direkt eine Brücke zu dem Steambo-Ding. Weil die Dinger sind ja vermeintlich gleich, oder? Ja, falsch. Sieht vermeintlich auf den ersten Blick erstmal sehr gleich aus. Aber wenn man mal auf die Oberfläche achtet, dann sieht man, dass hier echt nicht so sauber gearbeitet wurde wie hier. Und wenn man die Dinger anschaltet, dann ist das ein Unterschied von Tag und Nacht. Das ist wirklich super, super dunkel. Und das ist richtig, richtig hell. Außerdem ist hier das Red Dot wirklich ein Dot. Und hier ist es eher so ein kleines Reiskörnchen. Denn die Absehen sind hier einfach viel, viel sauberer gefräst. Und auch so bei den ganzen Verstellmöglichkeiten merkt man einfach, hier steckt einfach mehr Qualität drin. Fangen wir einfach mal an mit der Helligkeitsverstellung. Die hat hier richtig viel Spiel. Das ist innerhalb einer Helligkeitsstufe. Das geht hier gar nicht. Hier wackelt gar nichts. Also ich versuche hier genau so. Das geht nicht. Hier ganz einfach hin und her schieben. Man hört es auch. Und das rastet nicht richtig ein. Hier ist das gleiche beim Steambooding. Also es ist wirklich minimal, was hier passiert. Kein Vergleich zu dem hier. Und auch bei der Verstellung hinten fühlt sich das hier ein bisschen, hm, weiß ich nicht, an. Man kann es auch überdrehen. Dann steht der Punkt schief. Hier rastet das ganz anders ein. Ich glaube, man hört sogar den Unterschied, oder? Das war das Original Steamboog. Und jetzt nochmal das günstige von Amazon. Also auch hier hat man wieder ein ziemliches Spiel. Man kann das super, super einfach drehen. Auch mal aus Versehen. Hier nicht. Hier rastet es richtig satt ein. Also man braucht wirklich diesen Pin, um das zu verstellen. So, und jetzt gucken wir uns mal die Oberfläche von den beiden Red Dots an. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, da sieht man massive Unterschiede. Hier jetzt erstmal das Steamboog Red Dot. Und das ist schön mattiert. Richtig sauber gearbeitet. Keine Kanten. Nix, was mich stört. Und jetzt das günstige von Amazon. Man sieht direkt, die Oberfläche ist eine ganz andere. Die ist wesentlich glatter und auch viel unsauberer gearbeitet worden. Das sind ganz andere Frässtandards, würde ich mal sagen. Also, ja. Obwohl die auf den ersten Blick so gleich aussehen, ist es halt tatsächlich ein Riesenunterschied. Das Red Dot von Steamboog ist außerdem viel schockresistenter als das von Amazon. Einfach, weil Steamboog halt ein Armbrusthersteller ist und kein Airsoft-Anbieter. Dementsprechend wussten die ganz genau, dass man hier mit mehr Vibrationen klarkommen muss. So, aber dann ist das Video ja jetzt eigentlich auch schon durch, oder? Wir kaufen einfach alle das Steamboog Red Dot und gut ist. Nee. Das Steamboog Red Dot ist ein gutes Einsteigerding, gar keine Frage. Aber gerade auch bei den höheren Zuggewichten, die ja jetzt neu dazugekommen sind, also 120 und 150 Pfund, das macht das auch nicht so gut mit. Also auch das fängt dann an, sich zu verstellen. Es ist nicht ganz so brutal wie hier bei dem günstigen Amazon-Klopper, aber es kann halt auch nicht mit den richtig teuren Dingern mithalten. Irgendwann verstellt es sich halt einfach. Außerdem hat dieses Red Dot keinen Parallaxe-Ausgleich. Aber dazu kommen wir später nochmal. In die meisten Red Dots kommen übrigens diese typischen Knopfzellen. Hier ist gerade die Batterie leer, deswegen tausche ich die mal gerade aus. Also da kommen diese typischen CR2032 Batterien rein. Da nimmt man einfach den Deckel kurz runter, legt die Knopfzelle ein, plus nach oben. So, ich zeige euch mal hier die verschiedenen Absehen, denn ja, hier hat man tatsächlich verschiedene Absehen zur Auswahl. Das ist der Schalter hier hinten. Wir starten einfach mal mit dem ganz normalen Red Dot. So, also wir haben hier den ganz normalen roten Punkt. Dann haben wir hier die Möglichkeit umzuschalten auf dieses Absehen hier, also einen Punkt im Kreis. Dann haben wir dieses Red Dot, also ein ganz normales Fadenkreuz quasi. Und dann haben wir hier eine Kombination aus den beiden. Kann man übrigens nicht nur das Absehen verstellen, sondern natürlich auch die Helligkeit und tatsächlich sogar auch die Farbe. Und jede Farbe- und Helligkeitsstufe kann natürlich die verschiedenen Absehensmodis. Diese Auswahl von Absehen hat man nicht nur bei diesem Red Dot, sondern auch natürlich bei dem von Amazon und auch bei dem hier und sogar bei dem hier. Und die beiden schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, und jetzt haben wir dieses Rosane von AliExpress. Ich muss vorweg sagen, ist absoluter Fehlkauf gewesen. Und ja, warum habe ich es überhaupt gekauft? Also ich dachte mir halt, rot sieht cool aus. Auf jeden Fall auf meiner roten Compact drauf. Ja, dann kam es aber so pink an. Und ich hatte gedacht, dass es mit diesem hier mithalten kann. Und hier ist es tatsächlich so ähnlich wie bei den Steambo und Amazon-Sachen auch. Das hier ist leider echt, echt richtig traurig, wenn man das hier gewöhnt ist. Ich weiß nicht, ob das so gut klar rüberkommt, aber im Grunde hat man hier genau das gleiche Problem wie auch bei den Amazon-Dingern. Auch hier wieder richtig schön satt. Ja, einfach super. Dann ist es tatsächlich auch so, dass das Absehen hier schief ist und auch nicht sauber gefräst. Hier allerdings schon. Also, zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Video kann man auf jeden Fall mal ganz klar sagen, Red Dots, die gleich aussehen, sind es nicht. Man denkt, es ist das gleiche, kommt bestimmt vom gleichen Hersteller. Nee, es ist halt das gleiche Design, aber es kommt definitiv von einem anderen Hersteller oder hier wurden definitiv andere Materialien verwendet. Also, das war wirklich eine massive Enttäuschung, gerade weil ich dieses coole Red Dot von CrossbowTuning.com immer sehr gerne mochte. Das hier, nee. Das Red Dot von der Jaguar 1, von der Jack 1. Es ist im Grunde ein Scope ohne Vergrößerung. Es ist halt einfach ein Red Dot Scope. Das ist eigentlich ganz cool. Vor allem, was hier besonders cool ist, es hat nicht einen roten Punkt oder so, sondern es hat drei rote Punkte untereinander. Das ist natürlich ganz cool. Für verschiedene Distanzen kann man einfach verschiedene Absehenspunkte nehmen. So, da kann man es sehen. Drei Punkte. Hier muss man allerdings dazu sagen, das sind einfach wirklich drei Punkte und wenn man an der Verstellung dreht, dann dreht man alle. Man kann die nicht einzeln irgendwie setzen, dass man sagt, okay, bei 10 Yards habe ich den Punkt, für 15 Yards mache ich mir den und auf 35 Yards ziehe ich mir den untersten ganz nach hinten. Das geht nicht. Man kann hier auch keinen Zoom oder so anpassen, sodass man das darüber regulieren kann. Es ist also eigentlich nur eine Hilfe dabei. Ja, zu den Einstellmöglichkeiten. Das hier hat Helligkeitsstufen von 1 bis 11. Und ja, bei 11 ist es relativ hell, bei 1 ist es recht dunkel und bei 0 ist es aus. Dann kommen wir nun zu meinem EOTEC-Klon. Das ist der 556-Klon. Für den habe ich mich entschieden, vor allem wegen dem Absehen. So sieht das Absehen aus. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil dadurch kann man den ersten Schuss einfach mittig ansetzen und hat dann da unten so ein paar Anhaltspunkte für die ballistische Kurve. Das sieht natürlich jetzt richtig professionell aus, halt wie so ein 800 Euro EOTEC. Hat sogar einen Knopf für die Night Vision. Beim Knopf für Night Vision passiert aber eigentlich nichts, außer dass sich da die Farbe umstellen lässt. Also ich kann hier von Rot auf Grün stellen. Das ist der Night Vision Modus. Ja, ansonsten ist das Ding gefakt. Hier muss man dazu sagen, das Ding macht auf den ersten Blick erstmal einen ganz guten Eindruck. Aber wenn man sich das dann genauer anschaut, war ich ein bisschen enttäuscht. Denn ja, die allgemeine Verarbeitungsqualität ist halt nicht so toll. Gut, es ist kein originales EOTEC, aber das ist auch wirklich unterdurchschnittlich von der Verarbeitung. Vor allem merkwürdig finde ich, dass man hier so ein bisschen die Platine durchschimmern sieht. Ja, alles in allem jetzt nicht so toll. Es hat allerdings einen Schnellverschluss. Zum ersten Mal hier in dieser Reihe gibt es einen Schnellverschluss zum Aufklappen. Das ist ganz cool. Ansonsten hat es absolut keine Parallaxenregulierung. Gut, was will man erwarten? Das ist halt ein günstiges Ding. Es ist natürlich auch kein Laservisier, wie das bei einem echten EOTEC ist. Da wird nicht mit einer LED das Licht auf der Scheibe reflektiert, sondern quasi zwischen den Scheiben bildet sich im 3D-Raum ein absolut parallaxefreies Absehen. Das hat man natürlich bei dem Preis hier nicht. Was aber ganz gut daran ist, dass man das nicht hat. Dadurch hat das Ding auch eine Standard-gute Akkulaufzeit, die halt bei LED typisch ist. Bei diesen Laserdingern von EOTEC ist das anders. Die sind echt schnell leer. Hier kann man das Absehen jetzt nicht einstellen. Alles, was man machen kann, man kann es heller oder auch halt dunkler machen. Und wie gesagt, den Night-Vision-Modus. Und wenn man hell und dunkel gleichzeitig drückt, geht es aus. Auf der Armbrust war ich damit jetzt nicht so zufrieden, einfach weil es auch nicht so viel Schock abkann. Aber ich glaube, für Airsoft oder so wäre das sicherlich geeignet. Sieht auf jeden Fall cool aus, je nach Geschmack. So, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung, und zwar zu dem teuren EOTEC-Klon. Den gab es bei Amazon. Und ja, der ist tatsächlich viel besser. Es ist schon wieder das Gleiche. Also, die Dinger sehen ziemlich ähnlich aus. Man sieht auf jeden Fall, das war das gleiche Ursprungsdesign. Gut, es gibt schon signifikanter Unterschiede. Zum Beispiel hat das teure keinen Schnellverschluss, ist aber an sich von der Verarbeitungsqualität wesentlich, wesentlich besser. Und man kann hier auch relativ schnell und ohne Werkzeug das Ding auf die Rail setzen. Einfach hier mit der Daumenschraube und gut ist. Ansonsten hat man hier auch wieder die gleiche Bedienung. Allerdings sind die Knöpfe jetzt nicht an der Seite, sondern hier. Man kann das Absehen heller oder halt auch dunkler machen. Und mit einem Klick auf Night Vision wechselt das Ganze wieder von grün auf rot und zurück. Zum Absehen muss man hier dazu sagen, das ist nicht das 556 Absehen, sondern das 558 Absehen. Auf jeden Fall gefällt mir dieses Absehen eigentlich besser, aber die Verarbeitung ist hier halt deutlich, deutlich besser. Hier kommen jetzt zum ersten Mal nicht mehr die Knopfzellen rein, sondern die hier, also die CR123A. Warum? Wahrscheinlich, weil es ein EOTEC-Klon ist und die fressen die Dinger auch. Aber wie gesagt, das hier ist kein Laservisier. Das heißt, wir haben hier nicht den hohen Akkuverbrauch wie bei einem EOTEC. Hier schaltet man auch wieder mit heller und dunkler gleichzeitig einfach wieder aus. Jetzt kommen wir zu dem Flip-Up Red Dot. Das hatte ich mir für meine Compact geholt. Ich dachte mir, mega geil, mega flach, mega klein. Wiegt nicht viel. Dann habe ich ein Red Dot auf der Compact, ohne es zu merken. Das Coole ist, es geht aus, wenn man es zuklappt und geht an, wenn man es aufklappt. Aber man muss auch daran denken, es zuzuklappen, ansonsten bleibt das Ding nämlich dauerhaft an. Dann ist die Batterie leer, so wie jetzt hier schon wieder. Besonders blöd finde ich an der Stelle, um hier die Batterie zu tauschen, muss man einmal komplett alles aufschrauben. Ist ein bisschen mühselig. Aber von der Idee her, kleines, leichtes Red Dot, erstmal eine coole Sache. Man hat natürlich auch ein echt kleines Sichtfenster. Es ist also wirklich nicht das perfekte Red Dot. Das kann ich euch von vornherein sagen. Ja und jetzt kommen wir zu dem von CrossboardTuning.com. Und hier muss ich echt sagen, das ist eins der ersten hochwertigeren, was ich mir gekauft habe. Und ich fand es von vornherein einfach mega. Das ist wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist im Grunde die Tuning-Version hier vom Steambo Red Dot. Die sehen ja auch von vorne recht gleich aus. Nur das hier hat halt einfach noch mehr Schutz. Also hier so eine Schutzkappe drauf. Dadurch kann das halt schwieriger kaputt gehen, wird auch schwieriger dreckig. Und man hat natürlich nicht so Probleme mit dem Sonnenlicht. Das ist bei den offenen Red Dots an sich halt immer voll. das Problem. Und ja, das hier ist so ein Kompromiss. Für den Preis kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn das natürlich hier nicht parallaxefrei ist. Dann kommen wir nun zu dem Red Dot, was dieses Red Dot abgelöst hat. Es ist ein bisschen teurer. Es ist das Fayashi V30. Das wurde mir damals von Jörg Sprawe empfohlen. Und ich fand das Ding mega, mega cool. Es hatte hier rechts und links so eine Flip-Up-Cap. Hier ist sie mir leider kaputt gegangen. Hier vorne ist noch so ein Gitter drauf. So ein Bienenwabenmuster. Einfach damit das nicht reflektiert. Das war hier hinten auch. Aber das ist mir auch kaputt gegangen. Das ganze Ding ist mir einmal runtergefallen. Es funktioniert aber immer noch wunderbar. Also es ist wirklich, wirklich robust. Und hat den Drop-Test in der Kiesgrube bestanden. Hat halt ein paar Macken bekommen. Klar, der Deckel ist kaputt. Aber das ist ein Plastikstück. Mehr nicht. Und man braucht es auch nicht. Es war das erste Tubus-artige Red Dot, was ich hatte. Und es war lange, lange Zeit wirklich mein absolutes Lieblings-Red Dot. Es hat nämlich echt coole Features. Ein wirklich wichtiger Punkt. Habt ihr vielleicht schon rausbekommen, wenn ihr seht, wie oft ich hier die Batterien wechsle. Das Ding hat eine automatische Abschaltung. Das fängt irgendwann an, einfach auszugehen. Und geht dann erst wieder an, wenn ihr die Waffe in die Hand nehmt. Oder halt mit der Optik rumspielt. Einen Knopf drückt oder sonst wie. Aber ihr müsst keinen Knopf drücken. Es reicht die pure Bewegung. Allerdings nur dann, wenn das auch eingeschlafen ist. Also wenn ihr es ausschaltet. Hier mit dem mittleren Knopf. Dann geht es durch Schütteln nicht wieder an. Aber wenn es halt in diesem Automatik-Modus ist. Dann geht es bei Erschütterung wieder an. Was natürlich eine coole Sache ist. Das eigentlich war echt ein cooles Ding. Und ich hatte es auch lange, lange Zeit auf meiner Immer-Dabei-Stinger drauf. Bis ich dann gemerkt habe, dass diese automatische Abschaltung und Anschaltung dann halt voll der Nachteil ist. Weil wenn man die immer dabei hat, dann ist halt auch immer Bewegung da. Und das heißt, das Ding denkt die ganze Zeit, es muss an sein. Und ich hatte hier einen genauso hohen Batterieverbrauch wie bei allen anderen auch. Mir gibt es aber noch einen sehr coolen Vorteil. Weil das Ding ist wirklich, wirklich hell. Absehen ist ein normaler Punkt. Und ich drehe den jetzt mal gerade auf die höchste Stufe. Auch wenn man es jetzt auf der Kamera nicht so gut sehen kann. Es ist auf jeden Fall ein sehr klarer Punkt. Der ist nicht ausgefranst oder sonst wie. Ich stelle ihn jetzt mal so hell, wie es geht. Also das ist wirklich richtig schön hell. Und auch bei Tageslicht in der Kiesgrube war das nie ein Problem. Und hier gibt es noch ein cooles Feature. Und zwar ist das die Verstellbarkeit. Die Verstellbarkeit ist hier mit diesen Kappen. Also man dreht einmal die Kappen runter. Und dann hat man da drunter die Verstellung. Hier kann ich jetzt einfach mit dem Deckel rein. Und das als Schraubenzieher dafür nehmen. Wunderbar. Das ist echt cool. Gerade wenn man sich mal die anderen Verstellmöglichkeiten anguckt. Was wir eigentlich bis jetzt ausgelassen haben. Wird Zeit, dass wir uns das mal anschauen, wa? Bei dem Amazon, Steambo und auch AliExpress und das von crossbowtuning.com braucht man einen Imbus-Schlüssel. Und ohne den geht es eigentlich nicht. Für das hier braucht man sogar einen kleinen Schraubenzieher. Ohne das kriegt man das nicht hin. Beim Faiyashi V30 sind die Schlüssel mitgeliefert in Form der Kappen. Und bei den EOTEC-Klonen hat man hier, EOTEC-typisch, diese großen Verstellmöglichkeiten. Hier kann man rein, theoretisch auch mit dem Fingernagel rein. Wobei ich das auch eher mit einem Schraubenzieher oder einer Münze empfehlen würde. Der 558-Klon, den haben wir uns schon angeschaut. Eigentlich gibt es da nichts weiteres zu sagen. Außer, dass der halt wie gesagt viel, viel hochwertiger ist als der günstige 556-Klon von AliExpress. Das gibt es bei Amazon. Ist nicht allzu günstig. Aber für den Preis, wem die Optik gefällt, ich kann es einigermaßen empfehlen. Ja und jetzt kommen wir zu einem weiteren Fehlkauf. Schon wieder AliExpress. Und zwar ist das hier eine Vektor-Optik. Angeblich oder so. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das hier nicht ein Fake ist. Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass Vektor sowas Freches abliefert. Kann ich mir nicht vorstellen. Von der Verarbeitungsqualität her wirkt es erstmal ganz okay. Aber dann fällt auf, dass hier so komische Schliffe drin sind. Also die runden Stellen sind nicht wirklich rund, sondern haben so mehrere Facetten. Und das wundert mich, weil sogar das 20 Euro von Amazon hat das nicht. Dieses billige Rote hat das übrigens auch. Während das von crossbotuning.com das nicht hat. Ja und ich habe hier etwas mehr als 120 Euro bezahlt. Und habe jetzt hier diese geraden Stellen in der Kurve. Hm. Weiterer Punkt, wo es mir irgendwie so ein bisschen suspekt wurde. Die Schrauben haben irgendwie ganz komische Aussparungen. Und sehen halt aus, als ob sie aus Plastik gegossen sind. Ich glaube, die sind aus Plastik gegossen. Nächster Nachteil von dem Ding. Hier kommt jetzt nicht die CR123 rein. Und auch nicht die CR2032. Hier kommen so seitlich einige kleine rein. Die hatte ich auch zu Hause nicht da. Musste die mir also noch bestellen. Nein, das sind die LR754. Und nachdem die dann endlich mal angekommen waren, habe ich das Ding endlich einschalten können. Und war massivst enttäuscht. Warum? Das zeige ich euch mal fix. Da wird einem schlecht. Also es hat erstmal genau die gleichen Absehenseinstellungen wie das günstige von Amazon. Und das von Steamboot, das von Crossbowtuning.com und das aus Aliexpress. Aber ja, was ich meine, seht ihr ja jetzt schon. Eigentlich sehe ich es mit bloßem Auge nur, wenn ich schnell hin und her bewege. Die Refreshrate hier ist absolut, absolut kacke. Ja, also ja, man kann es sehen, wenn ich es hin und her bewege, das zittert. Das ist einfach total langsam, wiederholt sich das. Also die Refreshrate ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Also wenn man das schnell hin und her bewegt, dann sieht man wirklich, wie der Punkt springt. Also der ist nicht permanent da. Der, ja, hat eine ganz komische Wiederholrate. Und das ist auch mit bloßem Auge total unangenehm, dadurch zu gucken. Da wird einem wirklich, wirklich schlecht. Aber ansonsten kann man das natürlich auch hell stellen und dunkel. Und man kann es auch grün stellen. Es wird heller, je öfter man den Knopf drückt. Bis es dann wieder ganz dunkel wird. Und um es auszuschalten, drückt man den Knopf und hält ihn gedrückt. Hier kann ich auf jeden Fall keine Empfehlung geben. Und ich denke, für das Originalvektor könnte ich eine Empfehlung geben. Aber das ist mit Sicherheit nicht original. Falls ihr irgendwas von Vektor habt, definitiv original, sagt mir mal bitte da Bescheid. Ist die Refreshrate da auch so merkwürdig wie bei dem hier? Oder ist das halt wirklich ein Fake? Ich gehe davon aus, dass ich hier ein Fake erwischt habe. Was natürlich sehr ärgerlich ist, gerade bei dem Preis. Es ist das zweitteuerste Red Dot in meiner kompletten Sammlung. Ja und jetzt kommen wir zum Star des heutigen Abends. Und zwar das Holosun 510C. Mein absolutes Lieblings-Red Dot. Und ja, hier muss man dazu sagen, es hat auch einen Preis, der sich gewaschen hat. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass es wirklich den Preis wert ist. Erstmal, das ist das einzige Red Dot von all diesen Red Dots, was parallaxefrei ist. Parallaxefrei geht eigentlich gar nicht. Das ist parallaxearm. Also hier tritt auch eine Parallaxe auf, aber nur bis 25 Meter. Und bis 25 Meter ist die Parallaxe so gering, dass sie eigentlich zu vernachlässigen ist. Ich bin hiermit sehr, sehr, sehr zufrieden und stelle sogar auf kurze Distanzen von 4 bis 5 Metern keine Parallaxe fest. Bei den anderen schon. Was macht das jetzt hier so geil und so teuer? Und ja, wie komme ich dazu, euch dieses Ding zu empfehlen, wenn das mehr kostet als ein ganz normales Ding? Also erstmal ist halt die Verarbeitungsqualität hier absolut Premium, also wirklich unfassbar. Ich hatte auch schon Eotex für mehrere 100 Euro in der Hand. Das hält mit denen mit, wirklich. Da gibt es absolut nichts zu meckern und das kostet nur 399 Euro, was im richtigen Schusswaffensektor für Red Dots und gute Optiken ein echter Witz ist. Es ist super robust, denn das ist aus T6 Aluminium und diese Schutzkappe ist sogar aus Titan und die hält einiges aus. Seht ihr das? Das Ding ist mir einmal in der Kiesgrube vom Tisch gefallen, mit der Stinger dran, auf die Stinger gefallen, mit Metallmagazin und allem drum und dran und alles was passiert ist, sind diese kleinen Katschen. Weder dem Glas noch dem Ding ist wirklich was passiert, kein richtiger Kratzer, sondern nur ein bisschen der Lack. Ansonsten haben wir natürlich hier das wunderschöne Holosun-Logo. Hier haben wir das Batteriefach und hier haben wir einen Quick Detacher. Das Besondere bei dem ist, der hat auch noch einen Schalter, also man muss diesen Knopf erst drücken. Das heißt, aus Versehen kann man das Ding nicht verlieren. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier die Einstellmöglichkeiten, heller und dunkler. Was man damit macht, erklärt sich von selbst. Und hier haben wir noch den Torx. Man macht das Ganze so, man setzt es einmal drauf, passt dann mit dem Torx-Schlüssel den Fit für die Picatinny an. Danach kann man sein Leben lang den Quick Detacher benutzen. Und das Ding ist tatsächlich wiederholgenau, der Hersteller sagt, wiederholgenau auf 300 Meter. So weit schieße ich mit meiner Stinger nicht, aber ich glaube es ihm einfach mal. Ja und wer aufmerksam zugeschaut hat, hat vielleicht das hier gesehen. Was haben wir denn hier Verrücktes? Ja, wir haben hier tatsächlich eine Solarzelle. Und die Solarzelle ist was ganz Besonderes, denn ich kann jetzt rein theoretisch hier die Batterie rausholen und das Ding funktioniert immer noch. Dann hat es zwar nicht 10 Helligkeitsstufen, sondern halt nur 70% davon, also nur 7 Helligkeitsstufen, aber auch das reicht wirklich. Aber die Solarzelle ist nicht nur da, um das Ding mit Strom zu versorgen, falls mal der Akku leer ist, sondern das Ding ist auch dazu da, um die Umgebungshelligkeit wahrzunehmen und das Visier dementsprechend anzupassen. Ich habe jetzt hier direkt eine Lampe drüber, das heißt das Ding ist jetzt knallehell. Und auch in der Kiesgrube, bei heftigstem Sonnenschein, 40 Grad ohne Schatten, konnte ich absolut perfekt gucken. Das Ding ist halt so halb gekapselt. Ein offenes Red Dot, aber halt mit dieser Schutzkappe, das sorgt dafür, dass das nicht so anfällig für Licht ist. Und vor allem die Solarzelle gibt dann halt so viel extra Power, dass man auf jeden Fall was sehen kann. Und das macht sie voll automatisch. Das Coole ist auch, wenn jetzt auf einmal eine Wolke aufzieht und es auf einmal total dunkel wird, dann reagiert das Red Dot und das zeige ich euch mal gerade. Licht scheint direkt rein, Red Dot ist sehr hell. Jetzt halte ich mal meine Hand drüber, dass wir Schatten kriegen. Und das regelt sofort runter. Und direkt wieder hoch. Runter und hoch. Man wird also auch bei Dunkelheit dann nicht geblendet. So sieht das Absehen aus. Also ein Punkt im Kreis. Der Kreis hat 65 Moa und der Punkt hat nur 2 Moa. Also Punkt für präzise Schüsse und Kreis für schnelle Zielerfassung. Und man kann hier, indem man auf den Minusknopf gedrückt hält, kann man die Modis wechseln. Jetzt haben wir Punkt im Kreis. Und jetzt haben wir nur den Punkt für präzise Schüsse. Und man kann auch nur den Kreis, wenn man das will, für nur schnelle Zielerfassung. Ich habe meistens das hier aktiv. Also Punkt im Kreis. Das ermöglicht mir dann halt eine Kombination aus beidem. Also schnelle Zielerfassung plus den präzisen Schuss mit dem kleinen Punkt. Und was mir besonders gut gefällt, damit kann ich sehr gut die Flugbahn einschätzen. Das heißt, ich setze den ersten Schuss mittig mit dem Punkt einfach aufs Ziel angehalten und gucke dann, wo schlägt der Pfeil ein. Wenn der jetzt im unteren Bereich von diesem äußeren Kreis am unteren Strich ankommt, dann setze ich halt den unteren Strich ins Ziel und setze den zweiten direkt hinterher und der geht dann rein. Das ist natürlich sehr praktisch. Außerdem kann man so auch so ähnlich wie bei dem hier einfach verschiedene Absehenspunkte haben. Geht natürlich auch mit den günstigen von Steambo und anderen Herstellern, wie zum Beispiel das Amazon und wie sie alle heißen, hier die Dinger mit diesem Absehen. Aber da gibt es schon nochmal einen großen Unterschied zwischen Absehen und das zeige ich euch mal gerade nochmal. Wesentlich enger in diesem Kreis kann man in der Regel kein Ziel einfassen. Hier mit schon, denn das Ding ist groß genug. Hier kann man übrigens auch mit einem Schraubenzieher verstellen. Man kriegt aber auch im Lieferumfang so einen extra Schlüssel dazu bei, mit dem man das dann machen kann, ohne dass man es irgendwie verkratzt. So, kommen wir mal zum Fazit. Also, ich kann euch dieses Ding absolut, absolut empfehlen. Muss aber auch dazu sagen, das ist eher die Profiklasse. Das ist das Maximum, was für uns als Stinger und PHB-Gemeinde noch so Sinn macht. Alles, was noch teurer ist als das, macht einfach schlichtweg keinen Sinn. Bei dem Ding ist es so, wenn man das mal günstig geschossen kriegt, also vielleicht auch mal für 350 oder für 299 oder 50, dann auf jeden Fall zuschlagen. Günstig und gebraucht gibt es die Dinger bestimmt auch zu haben. Ansonsten wartet da auf ein Angebot, wenn ihr es irgendwo seht, zu einem guten Preis. Wenn es denn kein Fake ist wie dieses Ding, also bloß nicht irgendwie jetzt für 100 Euro kaufen, das wird Fake sein. Gerade wenn es neu sein soll. Aber wenn ihr da günstig dran kommt, absolute, absolute Empfehlung von mir. Es lohnt sich wirklich. Das ist ein Red Dot für die Ewigkeit. Und die Batterie hält halt eigentlich auch eine Ewigkeit. Also es wird immer gesagt, so um die 5 Jahre. Aber dadurch, dass ich hier eine Solarzelle habe, ich denke, ich werde hier niemals die Batterie überhaupt tauschen müssen. Ich bin mal sehr gespannt. Aber ja, das ist das Beste hier aus meiner Sammlung. Überraschung, ist ja auch das Teuerste. Aber was ist mit den anderen? Kann ich euch die anderen auch empfehlen? Ja, bedingt. Also, fangen wir mal an mit dem günstigen von Amazon. Ne, lasst das mal auf jeden Fall weg, Leute. Holt euch das nicht. Das sind 20 Euro für die Katz. Da holt euch mal lieber irgendwie was anderes von. Das hier, auch grottig, nicht kaufen. Das Ding von IK Archery für die Jack One, das ist eine ganz coole Sache, finde ich. Es ist halt recht groß, gerade jetzt mal im Vergleich zu so einem kleinen. Gefällt nicht jedem. Wem das aber optisch gefällt und wer Bock auf drei Punkte hat, schlagt zu. Solange das Ding noch irgendwie verfügbar ist, die sind nicht mehr so gut verfügbar. Jack One ist ja auch schon ein sehr altes Modell. 5.56 Klon von AliExpress. Absolut keine Empfehlung. Nicht kaufen. So ein kleines Flip-Up. Kleines Sichtfenster. Blöd einzustellen. Blöd die Akkus zu wechseln. Wer es unbedingt haben will für die Compact, okay. Für die Tactical würde ich es nicht nehmen. Das von crossbowtuning.com kann ich euch auf jeden Fall für den Preis empfehlen. Top in dem Preissegment, in dem es ist. Wirklich toll. Und wie gesagt, kein Vergleich zu dem Klon von AliExpress. Versucht da auf gar keinen Fall irgendwie ein ähnliches zu kaufen, was gleich aussieht. In der Hoffnung, ihr könnt ein paar Euro sparen. Ich habe es versucht. Habe es bereut. Ruft besser den Tommy an. Das Ding ist wirklich toll für den Preis. Und ja, wer auf solche Dinger steht, anstatt auf solche, sollte auf jeden Fall zu dem hier greifen. Wie gesagt, ist eine ganz coole Kombination aus offenem und trotzdem halbgeschlossenem. Ist auch schön solide. Hat ein tolles Absehen. Empfehlung ist raus. Und es ist auch relativ gut schockresistent. Also das kommt auch mit den starken Wurf-Armen zurecht. Das Faiyoshi V30. Ich finde es cool. Ich fand es immer cool. Wenn es nicht gerade für eure Immer-Dabei-Stinger ist, würde ich auch sagen, das ist ein Ding, was ihr euch genauer anschauen solltet oder könntet. Preis ein bisschen teurer als das vom Tommy. Aber hat halt auch Features, die das vom Tommy nicht hat. Während aber auch das vom Tommy natürlich Features hat, die das nicht hat. Wie gesagt, hier habt ihr nur einen Punkt. Kein Multi-Absehen oder so. Ihr habt auch nur Rot. Wer also irgendwie eine Rot-Seh-Schwäche hat, für den ist das natürlich nichts. Aber die automatische Abschaltung und dieser Schraubverschluss mit dem Werkzeug drin, das finde ich echt cool. Und mir gefällt das Design. Der Rail-Riser hier unten ist übrigens optional. Ihr könnt das auch runternehmen und dann sitzt das ganz flach. Würde ich euch für dieses Ding auch in flach empfehlen. Ich habe es jetzt hier in hoch, einfach nur um zu zeigen, was mit im Lieferumfang ist. So, der 558-Klon von G&G, den finde ich cool. Also, der ist von der Verarbeitungsqualität echt top. Kann man nichts sagen. Fühlt sich echt gut an. Klasse Sache. Kostet um die 80, 90 Euro. Natürlich nicht so günstig. Aber wer auf Eotex steht, für den ist das auf jeden Fall eine bezahlbare Alternative, die auch deutlich, deutlich besser ist als die AliExpress-Variante. Ja, dann haben wir hier die Vektor-Optik. Die vermutlich gefälschte Vektor-Optik. Leute, lasst die Finger davon. Es ist wirklich, wirklich Mist. Ja, und das Holosun, wie bereits gesagt, das Ding ist meine vollste Empfehlung. Wenn ihr vorhabt, dieses Hobby noch ein paar Jährchen zu machen, so wie ich, dann lohnt sich das, wirklich. Über die Jahre braucht ihr einfach nicht nochmal einen Red Dot zu kaufen. Es sei denn, ihr kauft noch eine Armbrust, dann braucht ihr natürlich noch ein zweites Red Dot. Aber ihr braucht ja nicht auf jeder Stinger eine Überoptik. Also ich habe auch wirklich nur auf einer einzigen Stinger so ein teures Red Dot. Der Rest sind dann echt zusammengepuzzlete. Auf meiner 55er Tactical habe ich zum Beispiel das Steambow. Für die Haus und Hof 90er Tactical habe ich das Ding in der Regel dabei. Einfach, weil es praktisch ist. Man kann es im Schrank haben, aus. Und wenn man das Ding dann schnell fürs Zielschießen aus dem Schrank rausholt, muss man nicht mehr draufdrücken. Es ist schon an. Und das Ding habe ich eigentlich immer auf meiner Immer-dabei-Stinger dabei. Und das EOTEC, das setze ich mir, glaube ich, auf die Adder, weil auf das Stinger sieht das ein bisschen albern aus. Das ist riesig groß, das Ding, echt. Jetzt gibt es natürlich einen riesengroßen Preissprung hier zwischen der Vektor-Optik, die vermutlich sogar fake ist, und meinem Holosun 510C. Ich persönlich fülle diese Lücke aktuell noch nicht. Ich habe da nichts dazwischen. Aber der Pistol Pete, also Pete von Crossbow Concepts, hat da ein sehr cooles Red Dot aus dem Hause UTG, was er mir wärmstens ans Herz legt. Der hat das Ding jetzt schon seit einem halben Jahr im Einsatz und wirklich auf Biegen und Brechen getestet. Mal mindestens so heftig wie ich, wenn nicht noch mehr. Und er kann das Ding wirklich super empfehlen. Es ist auch relativ parallaxearm. Es hat keine Solarzellen oder so. Es hat auch kein Multi-Absehen, jetzt hier wie das Ding, wie irgendwie Punkt im Kreis oder so. Es ist ein roter Punkt, lässt sich auch nicht grün stellen. Aber das Ding ist trotzdem sehr, sehr solide und sehr, sehr robust. Ich blende euch hier einfach mal ein paar Bilder vom Pete ein. Ich persönlich kann es euch empfehlen. Nicht, weil ich es selber getestet habe, sondern weil ich weiß, dass der Pete sich auch sehr gut auskennt. Und wenn der sagt, dass das Ding gut ist, dann glaube ich ihm das. Das Ding ist gut. Und ja, ich kann zu dem Ding leider keine Rückfragen beantworten. Aber ich bin mir sicher, der Pete antwortet dir auch. Also wenn du da eine Frage hast, dann schreib ihm doch einfach mal entweder auf Instagram oder auf Facebook, Crossbow Concepts. Ist natürlich auch unten verlinkt. Und Pete, dir vielen, vielen Dank für die Bereicherung dieses Videos durch deinen eigenen persönlichen Erfahrungsbericht von diesem Red Dot. Schaut auf jeden Fall mal beim Pete vorbei. Lasst ihm ein Abo da, ein paar Likes auf die Videos und schreibt einen netten Kommentar, das ich euch geschickt habe. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, dieser kleine Überblick über die Red Dots. Ist ja jetzt doch wieder ein ultralanges Video geworden. Und ja, wenn du noch Fragen hast zu den Red Dots, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich beantworte die Kommentare natürlich wie immer so schnell es geht. Und es gibt vielleicht auch noch das ein oder andere Video ganz im Detail zu den Red Dots. Da kommt es natürlich jetzt auf deinen Kommentar an. Wenn du da noch spezielle Fragen hast, die ich nur in einem Video klären kann, dann machen wir das, gar keine Frage. Deswegen, ja, schreib mir in die Kommentare, was du zu der heutigen Folge Mac sagst. Was sagst du zu all diesen Red Dots? Welche Red Dots kannst du mir denn empfehlen, die hier vielleicht gar nicht dabei sind? Und hast du auch mal so einen Red Dot Fehlkauf gemacht? Und war es auch Alibaba oder Temu noch schlimmer? Ja, wenn du nichts über Temu weißt, dann klick mal hier, denn da gibt es ein Video über die Wahrheit von Temu. Ich würde dir nicht empfehlen, bei Temu zu kaufen. Ja, aber sonst war es das tatsächlich für heute. Und dementsprechend bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier bist. Hier bei Mac. Modern Archery Germany Alter, hält dir das? Simba, ich bin doch gleich fertig. In den letzten Minuten will er einmal unbedingt kommen. Muss sein, ne? Wenn du noch Themen hast, die ich hier auf YouTube behandeln soll, dann kannst du natürlich mir eine Nachricht schreiben, einen Kommentar schreiben. Aber am allerbesten ist, wenn du bei mir in die Facebook-Gruppe reinkommst, denn da gibt es regelmäßig Umfragen, wo du tatsächlich auch einen Themenwunsch hinzufügen kannst. Das heißt, wenn dein Themenwunsch interessant ist und genug Stimmen hat, dann ist das sogar das nächste Video hier auf Mac. Wenn du Teil der Facebook-Gruppe werden willst, dann klicke jetzt auf jeden Fall mal unten in den Link in der Videobeschreibung. Und wenn du diesen Kanal unterstützen willst, dann abonniere ihn, like dieses Video. Und wenn du mich sogar finanziell unterstützen willst, dann kauf doch einfach eines dieser Red Dots bei Amazon ein, über einen meiner Links. Dadurch wird es für dich nicht teurer, ich bekomme aber ungefähr 3% vom Umsatz. Oder werde doch direkt Mitglied bei diesem Kanal. Das ist eine Möglichkeit für dich, für ganz kleines Geld mich monatlich zu unterstützen. Und natürlich schaltest du damit auch Vorteile frei. Unter anderem kannst du dann Videos, die schon fertig produziert sind, schon vorab sehen. Früher als alle anderen. Und du hast coole Emojis, coole GIFs und du bekommst mal mindestens den Mac-Sticker. Je nachdem, welche Stufe an Mitgliedschaft du bist, bekommst du sogar den 3D-Rubber-Patch. Und der ist wirklich sehr, sehr cool. Ab Stufe 3 kriegst du dann auch meine persönliche Handynummer und Zugriff auf die Mac-WhatsApp-Gruppe. Und wenn du da Bock drauf hast, komm auf jeden Fall rein. Denn bis jetzt ist die WhatsApp-Gruppe relativ leer. Wir sind bis jetzt nur zu zweit. Und an der Stelle vielen, vielen Dank an Wolfgang. Der ist nämlich das erste Mitglied auf diesem Kanal und ist direkt mit Stufe 3 eingestiegen. Wow. Mega. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Und in dem Sinne, ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Hoffentlich darf ich dich auch bald im Mitgliederbereich begrüßen. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.